Thimbleweed Park, ne? Das könnte, da könnten wir mal weitermachen. Thimbleweed Park. Das will ich jetzt mal kurz spielen mit euch, denn ich komme nicht weiter in diesem Spiel. Ihr seht es ja, ich habe schon 10 Stunden gespielt. Das ist ein Adventure, also. Und ich habe irgendwann, habe ich mal eine Pause eingelegt von einem halben Jahr, wollte dann weiterspielen und wusste einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Guck mal hier, ja man, oh yeah, och nö. Ja, spielen wir jetzt mal eine Stünde. Ein Stündchen, ein Stündchen, dann können wir immer noch was anderes machen. Mit eurer Hilfe, weil ich muss ja nur so ein, ich muss ja nur einen kleinen Schub in die richtige Richtung kriegen. Ich will nicht, dass ihr jetzt hier mir alles spoilt. Aber dann komme ich endlich mal weiter. Ich kann euch ja erstmal zeigen, ich habe es jetzt ewig nicht gespielt, und kann euch ja erstmal zeigen, was hier überhaupt die Probleme sind. Aber mir scheint die, ist die Auflösung richtig? Okay, ich muss ja mal ich mich denn hin am besten. Oh. Nein. So. Zuletzt gespielt 2017, stand das da? Das ist eigentlich vier Jahre her sein, dass ich das gespielt habe. So lange ist es noch gar nicht raus, oder? Das ist schon sehr alt. Ja. Ich sag ja, es ist, aber ich habe das zwischenzeitlich doch nochmal probiert, weiterzuspielen. Das ist nicht vier Jahre her. Vielleicht habe ich da nicht abgespeichert, oder so. Fünf Jahre. Ähm. Also ich sag euch erstmal, was Phase überhaupt ist. Ich weiß nicht, man muss erstmal hier wieder gucken. Wo ist denn hier eigentlich... Okay. Soll ich das auf Deutsch lassen, oder auf Englisch? Kannst du mal ein Vote machen? im Chat? Yes. Falken wir auf Deutsch oder Englisch? Okay, ich zeige euch erstmal, was das Problem ist. Aber das kann nicht... Wie switcht man denn nochmal zwischen den Leuten? Da. Ah ja, okay. Doch. Also ihr seht, ich kann hier zwischen verschiedenen Leuten rum switchen. Ich habe hier den Dude, der ist auch im Hotel. und das ist halt, der kann halt hier überall durch die Türen. Das Spiel ist halt auch dann irgendwann fucking groß geworden. So, dann habe ich... So, dann habe ich hier die FBI-Agentin. Dann habe ich den Clown. Da komme ich auch nicht weiter, ehrlich gesagt. Mit dem Clown. Das ist halt ultra schwer, wenn du Pause gemacht hast. Betrachte Schlange in der Schachtel. Du kannst doch auch hier... Nee. Witz im Buch. Hier, To-Do-Liste. Das ist doch schon mal ein guter... Also, man würde nur Deutsch... Ja gut, Deutsch hat gewonnen. Man kann eh nur die Texte in Deutsch machen, dann lassen wir es so. Ähm. Also, hier sehen wir die To-Do-Liste auch für die jeweiligen Charaktere. Füttere Lil Beeper. Hol das Paket vom Postamt. Besorg den Schlüssel für das Fabriktor. Finde die Seite aus dem Witzebuch. Sammle 65 mehr Staubkörner. Okay. Also, das ist der Clown. Hä? Wo ist er denn? Ach, hier. Und das ist der Agent. Wo bin ich denn hier? Gehe zu geheimnisvoller Waldweg. Ah ja, und er hat hier diesen Kopf, der einem, glaube ich, immer zeigt, in welche Richtung man gehen muss oder so. So ein komisches Zack-McCracken-mäßiges Rätsel. Oh Gott, guck, wie viele Items habe ich für mich jetzt schon überfordert, Alter. Betrachte Notizbuch. Finde die Mordwaffe. Nimm Fingerabdrücke von der Mordwaffe. Besorge... Ach, okay, das ist natürlich das Main-Goal. Besorge eine Analyse des Fingertron. Besorge eine Analyse des Facetron. Nimm eine Blutprobe von der Leiche. Finde einen verdächtigen Gegenstand mit Blutspuren. Besorge Analyse des Blutron. Steck alle drei Analysen in den Arrestron. Gehe und rede mit Delores. Finde Pilze in der Kanalisation. Und ich hab halt, guck dir an, wie viele Items ich hab. Das Label sagt Pillow Bear. Ein Spiel, das kann sich in ein Pillow. Es ist ein deutsches Passport für Boris Schultz. Es ist ein wunderschöner Plumberger, das sagt Wrenchtron 3000. Eine ziemlich schreckliche Hände. Es ist ein kleines Name-Tag. Sepp, der Navigator's Hände. Das Telefon hat keine Rezeption. Es ist ein Stück Sticky Tape. Eine Blut aus dem Zementer. Es ist das Hotel-Keycard für Franklin Edmunds' Jetzt ist gerade Helfen erlaubt, bis ich wieder einigermaßen auf Track bin. Nur, dass wir mal so ein bisschen wieder reinkommen, weil ihr seht ja, ich hab ewig nicht gespielt. Tausend Gegenstände. Warum Spin-Dale? Okay, das können wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Hier hab ich noch ein Buch der Toten. Brauchsanweisung. Auflage 3. Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Die Nutzung eines nicht geprüften Altars kann zu Fehlfunktionen und oder Verletzungen führen. Bitte platzieren Sie ein lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen. Wenn das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen Sie für eine Sachgrippe. Rezitieren Sie die Worte aus Appendix A in Richtung des Buchs. Okay, ja, ja, ja. Ja, das bin ich jetzt auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier wieder... Wieso hat das jetzt geblinkt? Guck mal, jetzt... Achtet mal unten hier auf den Kopf, je nachdem, wie ich mich bewege, ne? Dreht er sich die ganze Zeit? Irgendeine Form von Hinweis ist das auf jeden Fall. Vielleicht einfach mal nutze. Jetzt hört es auf. Vielleicht einfach auf gut Glück hier einfach irgendwas klicken. Da sind wir wieder bei den Berries. Vielleicht muss man da irgendwas... Neh. Must be a better use for it. Okay, keine Ahnung. Wir gehen nochmal auf... Ich weiß gar nicht, wie ich hier darauf... auf die Idee gekommen bin, hier hinzukommen. Aber es scheint richtig zu sein. Wieso bin ich überhaupt hier? Kannst du kurz nochmal die Ziele anzeigen? Dann können die Leute vielleicht besser nachvollziehen bekommen. Ja, ich kann nochmal... Ja, wie gesagt, ich bin hier mit ihr. Was hat sie für Ziele? Finde die Mordwaffe in dem Fingerabdrück. Besorge die Analyse. Finde Papiere der Leiche im Hotel. Besorge eine Analyse des Felschraums. Nimm Blutprobe der Leiche. Finde den verdächtigen Gegenstand mit Blutprobe. Okay, sie hat genau die gleichen. Gehe und rede mit Delores. Wer ist denn Delores? Finde Pilze in der Kanalisation. Hier habe ich ja übrigens auch festgestellt, ich kann ja, wenn ich den Geist nehme, ich bin jetzt hier oben, aber du kannst ja auch... Was will er denn? Versuche mit Delores zu sprechen. Besuche Chucks Gruft zum Abschluss. Flüchte in das Jenseits. So. Der Elevator ist nicht auf dem Platz. It's a button to call the elevator. It's a button to call the elevator. Ja dann. Wo ist denn Benutzer? Puste? Achso, der ist ja ein Geist. Ah. Okay. Xavier says talking on duty is not allowed. Also I don't talk to new ghosts. Leave me alone. So, wir wollen in die Lobby. Da ist gestaubt worden. Ich glaube, das ist nur so eine dumme... Beschäftigungstherapie. So. Und hier habe ich fest... Hier weiß ich noch, hier konnte ich immer sie erschrecken, wenn ich jetzt zum Beispiel mit... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Habe ich gesagt. Wie heißt sie denn? Detective Angela Ray, Senior Agent. So. It's my badge. Wenn ich sie jetzt hier hinstelle und auf den Geist wechsle... Und er kann jetzt zum Beispiel hier sowas machen... Aber irgendwie hätte es auch nie was gebracht. Welcher Schwierigkeitsgrad ist das? Ich habe keine Ahnung, wo steht denn das? Sogar nicht, dass es mehrere Schwierigkeitsgrade gibt. Das ist ja nicht auf Hilfe. Tipps für Maus? Ich habe keine Ahnung, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. So. Und dann haben wir hier noch den Clown. Der hat gar nicht so viele... Was haben wir hier? Das ist mein empty Ransom-the-Clown-Swear-Jar. Es bleibt jetzt empty, weil niemand hier ist, aber ich und Lil Beeper. So, Lil Beeper müssen wir füttern. Das ist... Das ist er. Aber... Ist er das überhaupt? Genau. Sieht wie ein Ratsom-the-Clown. Ich habe schon Käse hingepackt. Aha. Ich muss hier eine Falle bauen oder so. Das wird nicht gonna work. Das ist eine von Morte Ui's Mor Toys-Prank-In-the-Boxes-Prank-In-the-Boxes-Utés-Utels. Ich habe drei Seiten von dem Witzbuch, habe ich schon. Füttere Little Beeper, hol das Paket vom Bust an. Okay, also der Käse bringt ja schon mal nichts. Da ist ein Popcorn. Da muss ich einen besseren Weg sein. Ich kann den auch gar nicht anklicken. Guck mal, jetzt kann ich den Käse, der ist einfach weg. Ich kann den gar nicht mehr interagieren. Es gab auch eine Taste, wo man glaube ich sehen kann, mit welchen Sachen man interagieren kann. Welche Taste war das denn? Das ist fast schon Cheaten, aber durchaus hilfreich in so einem Spiel. Welche Taste war das? Ah, hier. Guck, da sieht man mit welchen Sachen man interagieren kann. Und der Käse ist einfach weg. Ja. Da ist auch noch ein Loch. Also irgendwie ist hier ein Rätsel mit den verdammten Rattenlöchern. Wir können ja einfach mal der Ratte hinterherlaufen. Ist das überhaupt eine Ratte oder ein Possum oder was auch immer? Wohnwagen ist noch. Wie? Kann ich das Auto? Wann wir das so hoch? Ich muss das mal hoch 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 hoch. was irgendwie darauf springen ok ok jetzt habe ich noch einen spotter schade die idee war nicht schlecht das ist glaube ich mein na das ist mein wohnwagen was haben wir hier hamster in der mikrowelle ach den muss ich füttern das wird nicht genug für das wird nicht genug für das kann das in zwei Sekunden das ist das ist need help playing symbol we park called a fully automated hitron 3000 das ist mein telefon so does it work well at least I tried meanest clown of 1977 and 1978 rents in the clown do bad the paint swearing off that slop tasted like crap when I made it last week maybe it's just name in age no thanks better leave it where it is always time to do laundry later okay man kann ihn anmachen foreign out water but it won't remove the fossilized food from my plate ich sag ja ich komme in dem spiel nicht weiter nutzebett ziehebett drückebett also hier sind überall halt diese rattenlöcher wahrscheinlich musst du ah warte mal nutze popcorn tüte mit loch nimm hamster he is probably hungry have him fed him in a few days ha wie war die telefonnummer 4338 ist noch eine die nummer die hotline 4468 welcome to the fully automated hintron 3000 system we aim to make your experience playing thimbleweed park easier if you're ever stuck on a puzzle or don't know what to do phone us the hints here will change depending on which part you are currently playing if you can find a hint you're looking for it's because you don't need to solve it right now you can always just hang up when you're done my feelings won't be hurt much how can i help you wie kommt man rum findet leute und entdeckt das ist ja so general generell ein umgestürzter baum es geht um dinge im hotel gibt es einfach in der you can splash bodies of water you can splash the fountain and the drinking fountain in the lobby and the toilets in hotel rooms thank you goodbye wow was ist 474 was ist 4747 die leute servus und herzlich willkommen beim drahnlord wot 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 jetzt geht's nicht mehr also muss ich jetzt mal auflegen wie war's 4747 wot 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 Rat Rat shit I can't push that I can't pull that What a f*** of a f*** still doesn't work Well, at least I f*** tried I can't open that Man, Alter, der kann ja nix So, da komm ich wieder zur Bühne, da war auch nichts Ich komm hier nicht weiter Was ist das nochmal? Warte, Fluchglas Liste Auch irgendein Kickstarter-Ding, oder? Ich hab doch auch gekickstarted Warum hab ich keinen Anrufbeantworter? So Leute, es geht hier nicht weiter Hier, dieses dumme Rattenvieh, da muss man doch irgendwas mitmachen Kann mir doch keiner erzählen, dass wir das nicht irgendwie fangen Oh, warte mal Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Yeah Yeah That's it, guys Nice Ich hab volles Popcorn Ich hab volles Popcorn Das war ein Zeit-Rätsel Oder ein Geh nochmal rein und nochmal raus-Rätsel So, jetzt aber Nutze Popcorn mit Here you go, little beeper Enjoy your crap Okay Immerhin Ein Keiner Spaß So Also Jetzt haben wir zumindest das gemacht Das bringt uns aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter Wir haben ein little beeper geholt Gefüttert Hol das Paket vom Postamt Besorgt den Schlüssel für das Jetzt muss ich ja erstmal irgendwie Was war denn hier? Ach der Organe Muss ich erstmal irgendwie Hier geht's auch nicht weiter Wir kommen ja nicht von diesem dummen Zirkusgelände runter, oder doch? Das war der O-Mid-Ware. Jetzt ist mein Fisch. 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 Also den Eintrag im Telefonfach gab's scheinbar ab 50 Dollar Ah, okay. Aber, okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier mit Ransom weitermachen soll. Das ist halt sehr begrenzt, was man hier an Möglichkeiten hat. Ich habe zwei, drei von vier Witze-Seiten. Tastes great on Ice-Cream too. Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. I'm not gonna search the circus for your ransom, George the Postman. Well, f*** you, Georgie, you lazy f***. Wieso sollte man Spiele wie dieses nicht mehr streamen dürfen? Verstehe ich nicht. Hol das Paket vom Postamt. Besorg den Schlüssel für das Fabriktor. Finde die Seite aus dem Witzebuch. Also, ich habe das Gefühl, ich müsste mal mit ihm hier aus dem Zirkus wegkommen. Aber, du kommst ja einfach irgendwie nicht weg. Ich finde keine neuen Items mehr. Also, durch die Tab-Taste sieht man ja auch, mit was man interagieren kann. Also, ja, dann ab zum Postamt. Wenn du mir sagst, wie ich zum Postamt komme, dann gehe ich da hin. Wie kann ich den Zirkus verlassen? Wo ist der Ausgang? Zirkusgelände? Bir, du kommst mir. Aber jetzt,인가 im Zirkus. Zirkusgellama ist ein Halsbuch. Zirkuselände? Das ist das Chevrolet? Zirkusgelände? Befähig. Isso yht�ale? Be сот? 해압Galcept wurde? O see ideas bek佛?! ganz vorne im bild haupteingang hier hier ist der haupteingang zirkus zelt gehe zu bühnen hintereingang popcorn stand mehr gibt es hier nicht kommt hier nicht raus kommt hier nicht raus also irgendwie geht es hier gerade nicht weiter links geht es auch nicht ihr seht ja die sachen die man anklicken kann aber da war doch gerade ein pfeil oder bin ich blind mal zum rummel ich bin hier wirklich aufgeschmissen keine ahnung so wir wechseln jetzt mal was ist denn das hier eigentlich so das ding ist es gibt ja noch tausend andere locations also ich weiß gar nicht ob ich jetzt mit hier ob ich mit ihr hier irgendwas machen abel verkaufen das sheriff hotel manager world dmd hotel most beautiful hotel abu in the try simple weed park county area how may i be abu of service is anything going on in the hotel today nothing abu certainly not more Okay, damit grüßt man auch nur den Dialog aus. Okay, damit grüßt man auch den Dialog aus. Okay, das hat auch nicht wirklich geholfen. Das nehmen wir doch mal mit, oder? Das ist die Verabschlussung des Hotel und vorigen Arbeitnehmern. Es ist lockt. Oh, warte mal. Es ist lockt, dann komm ich doch. Johnny Ghost fand ich doch da durch, bestimmt. Reicht das schon? Ich hab keine Ahnung. Es ist Chaos in da. Ich denke, sie sind für etwas. Ich warte, bis sie sind fertig, bevor ich in die Tür gehe. Da hatte ich mal eine Idee. Es ist ein Button, um den Elevator zu kenne. Das ist ein Button, um die Tür zu kenne. Das ist ein Button, um den Button zu kenne. Es muss sich um den Knie zu kenne. Die Sicht ist nicht schlecht aus hier. Es ist lockt. Es ist lockt. Es ist lockt. Es ist lockt. Okay, also wenn ich jetzt hier vielleicht mal versuche mit ihm... Ich zappe die Dinger... ...und gehe mit ihm ins Penthouse. Entschuldigung, aber Xavier hat gesagt, dass niemand in das Penthouse gehen kann. Gelang in das Penthouse ist aber zumindest eine... Ein Objective. Es ist immer irgendwie egal, in welches Zimmer man geht. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Kann das sein? Ist auch ein bisschen komisch. Köteltron. Ach ne, Hoteltron. Ach ne, Hoteltron. Radio. We interrupt our hostile takeover nonstop music with this important message. The feds are watching us. Make no mistake about it. Shit. The only way to protect yourself is to fight back. Shit, das ist aktueller als man denkt. And now back to our special hostile takeover song. The Hoteltron 3000 seems to think this bed is made. It's getting dark out there now. In case of emergency, do not sue Chuck Edmund. Looks like the other painting. Hm. Da kein Plan, ey. Oh, das ist so. My hand just passed through the pages. I can't open it. Sollen wir jetzt durch jedes Zimmer gehen und gucken, ob was ist? Die sehen halt alle gleich aus, ne? Da war ich offensichtlich schon drinne. Das ist komisch. Das ist komisch. Wie kann ich nochmal mit ihr reden? Xavier says, talking on duty is not allowed. Also, I don't talk to new ghosts. Leave me alone. Bau. 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 Xavier says, talking on duty is not allowed. Also, I don't talk to new ghosts. Leave me alone. Wir gehen mal einen Stock unter des Pentos. Im Chat wird gesagt, dass du die Frau rauslocken sollst, Ding. Ja, auf die Idee bin ich auch schon gehört, aber der Chat soll mir sagen, wie? Ich hab die Idee, dass sie gerne eine spezielle Fernsehsendung schaut, dass sie dann rausgeht. Nee, das kriegt die ja gar nicht mit, obwohl, wenn ich hier im, das funktioniert so, funktionieren Adventures nicht. Ein Ashtray für die Smokers. In siebten Stock steht ein Fernseher genau vor dem Aufzug. Hm? Wo? In siebten Stock steht anscheinend ein Fernseher genau vor dem Aufzug. Nee, die sehen alle gleich aus. Nicola, du darfst jetzt nur noch Sachen vorlesen, die du selber überprüft hast. Oh, da steht sie. Aber hier ist kein Fernseher, das sieht alles gleich aus. Wieso soll der da ein Fernseher stehen? Wenn zwei Leute schreiben? Ich hatte das. Dann stimmt's. Klassische Internetregel. Ja, so funktioniert's doch. Doppelige Quelle. Da ist nix im siebten Stock. Da ist meiner Agent. In einem Basen. Das muss ich mal aussitieren. Okay, die meint tatsächlich, in irgendeinem steckt einer. Okay. Ihr veralbert mich jetzt. Ich geh's jetzt durch. Wir gehen jetzt durch. Also wahrscheinlich... Kein, dass das stimmt. Ich bin noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt einen... Fernseher finden. Aber ich mach's. Wenn das euer Ziel war, dann habt ihr's geschafft. Das ist jetzt nicht jedes... Errungenschaft freigeschalten. Hotel-Tourist. Wahrscheinlich war ich hier so viel schon... Ich weiß schon, warum ich aufgehört hab's letzte Mal. Ich einfach nicht weiterkomme. Sieben waren wir. Waren wir mal fünf. Ich werde getrollt. Und ich mach mit. Ich werde wissentlich getrollt. Und ich lass es mir gefallen. Weil ich so verzweifelt bin. Was? Hast du das gelesen oder hast du das überprüft, dass das IGN sagt? Ich hab's grad nachgelesen. Da kann man Claras Favorite Show einschalten. Aber zehn war... Hab ich wirklich zehn übersehen? Das ist wieder mal typisch, dass ich dann den einzigen richtigen nicht abgecheckt hab. Holy shit. Also doch. Oh, das ist aber kein geiles Rätsel. Na gut, okay. Dieser Kanal ist nur statisch. Ich sollte genug finden. Es ist jetzt gezeigt. Ich liebe meine Katze. Äh, die Frage, was ist ihr Lieblingsding? Aber wir können hier mal gucken, was ich schon mal dazu sagen. Ich bin doch vielleicht ein... Okay, eine Bedeutung oder nicht so. Ich bin doch nicht. Zehauers sagen, dass ich rüttere zu dürfen nicht. Ich hab auch noch mit neuen Geistern. Ich bin mir allein. Ich bin doch gern. Das sind jetzt schallt. Da handelt es, die Bähääää. Das sind jetzt schallt. Da ist ab, wie immer zu bauen. Da sind jetzt, die riche und die so dumme Kräuel. Ja, man kann da natürlich auch nicht viel machen. Das ist schon ein komisches Rätsel. Also man hört es ja auch hier im Aufzug überhaupt nicht mehr und man sieht es hier auch im Aufzug nicht. Dann muss man hier auf gut Glück den richtigen Sender einstellen, oder was? Das wäre ja schon... Übelstes Trial and Error hier. Also im Walkthrough steht, dass man Dolores und Frank in den 10. Stock bringen soll, dann mit Clara reden soll und dann erfährt man, was ihr... Dolores habe ich ja gar kein... Also... Ähm, okay. Es ist echt kompliziert. Ihr seht schon, ich weiß, warum ich aufgehört habe, weil es gibt ja auch noch unzählige weitere Locations. Ich weiß auch nicht mehr, ob du alle Items hast und andere Objekte schon gemacht hast. So, was ist Brücke? Ach so, da fing alles an. Okay, hier war die Leiche. Okay. There is nothing up ahead but road. The town is in the other direction. Wie dann geht das jetzt? Okay, hier ist der Friedhof. Ich habe übrigens immer Tab gedrückt, sodass man sieht, wenn man überhaupt mit irgendwas interagieren kann. Hier ist dieser Altar, da musst du bestimmt später hier irgendwas machen. Ich brauche nicht mehr Blumen. Ja, hier habe ich die schon her. So, Krufttür. Guck mal, Chuck. Ja, also hier ist nichts. Kommt man jetzt irgendwie schneller wieder raus hier? Nee, ne? Ich glaube, du bist doch gar nicht mit Teil 3 fertig, oder? Weil ich denke, die Sachen mit dem Penthouse sind schon Teil 4, also von Walkthrough jetzt. Also so Sachen wie Fingerprints, hast du die schon aufgesammelt? Weiß ich nicht. Bist du ja schon in dem Ziel sehen, ob da noch irgendwas mit Fingerprints und Blatt-Samples steht. Im To-Do-Ding? Ja. Was habe ich denn hier? Ich habe irgendwas schon mal gemacht. Foto der Leiche, Landkarte des Bezirks. Es ist eine Kamera instanz. Es ist eine Kamera instanz. Aber es ist kein Film in dem. Es ist eine Fingerprint-Brasch, eine kleine Menge Fingerprint-Powder. Aber es ist die Fingerprint-Tapie. Es ist das E.T.-Game für die 2600. Was ist die Landkarte, hast du gesagt? Sehr plush für Thimble mit Toilettpapier. Es heißt Levo's Bear Repellent. Wenn du das hast, musst du nicht, die Arme zu bearieren. Es ist ziemlich rostig und völlig aus dem Schnau-Gas. Definitiv nicht die Mörderwebung. Es ist ein Stück Sticky Tape. Na gut, das kann man ja wahrscheinlich... ...und mit einem sohlenen Ruh der Teile. Die Aufeordnungen können sehr schlussische Erinnerungen geben. Der Stichlabel sagt Howling-King-Yau-Tee, ein magisches Tees. Das gibt dir das Gefühl, dass man viele Sprachen spricht. Das hat Fingerprint für alle in Thimbleweed Park. Certified Finger-Tron 3000 kompatibel. Ah, das ist natürlich super. Ah, das ist geil. So, ja, hier ist die Stadt, ne? Aber es ist jetzt natürlich... Es wird nicht leichter, wenn wir noch mehr Locations suchen. Ich habe ja auch schon in vielen Sachen... Hier sind diese Automaten, die man dann nutzen muss. Wenn man die Beweise hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hier in der Stadt schon alles eingesammelt habe. Weil ich recht gründlich, glaube ich, war. Ist natürlich nicht, dass mir nicht was entgehen könnte, aber... Also du solltest ein Toilettenpapier im Inventar haben. Habe ich. Sehr gut. Ein Gascontainer? Nope. Er steht... Gascontainer habe ich nicht. Er ist auch schon alles offen. Es ist ausgerichtet. Geht so verdächtig fehlende Röhre. War nicht da ein Toilettenpapier da vorhin? Jetzt wackelt mein Notizblock. Ich glaube, der wackelt ein... Ich glaube, der wackelt ein... Es kommt gerade eine neue Aufgabe dazu. Ah ja, okay. Deshalb stehe. Cool. Noch eine Aufgabe. Finde Pilze in der Kanalisation. Ersetze die fehlende... Arrestotron-Röhre. Habe ich eine Röhre? Es ist eine fehlende Whisky-Bottel. Definitiv nicht die Mörderwebung. Das ist schon eine Blutprobe. Bekommst du mit dem Toilettenpapier, theoretisch. Nein, dann habe ich sie nicht. Kannst du an der Leiche quasi mit dem Toilettenpapier eine Blutprobe. Ah, das habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Das ist eine gute Idee. Aber das ist glaube ich alles fürs Main... Also für die Main-Quest. Also das muss man so oder so machen, aber... Ich hoffe, dass das irgendwie in Kapiteln aufgeteilt ist. Dass man da auch schon mal irgendwie einen Stand bekommt, wo du dann weiterspielen kannst. Dass man ein geschlossenes Kapitel hat. Weiß aber nicht. Das hat funktioniert. Ich habe eine Blutsampe. Nice. Das ist eine gute Idee. Es ist mit dem Todes Blut. Was ein Müll. Das ist die Kanalisation. Genau, die ist bedeckt vom Baum. Dafür brauche ich die Motorsäge, die aber kein Ding hat. Es sind Signale einer Struggle hier. Das alte Baum blockiert die große Entrennung. Was sagst du? Das wir das Kapitel hier machen. Quasi mit dem Walkthrough. Und dann achte, wie du dann nochmal weiter spielen kannst. Dann weißt du ja, wie es weiter geht. Da haben wir auch einen neuen Stand. Also hier soll irgendwo eine Chainsaw liegen. Der Weg endet hier, an dieser großen Rockwall. Es funktioniert nicht. Das ist halt auch nicht so viel. Die Tauben. Gehe und rede mit Dolores. Das mache ich jetzt mal. Wer ist denn nochmal Dolores? Was habt ihr gesagt, wer Dolores ist? Dann ist der Supermarkt. Die ist beim Dimension. Die Dolores. Bei Menschen, da muss ich ja eh hin. Wenn ich was zu mailen hätte, das könnte funktionieren. Lass mich wissen, ob ich dir mit nichts zu helfen kann. Lass mich wissen, ob ich dir mit nichts zu helfen kann. Oh, ähm. Ich glaube, ich bin auf der Kamera. Ich glaube, Oliver, die kann man noch nicht spielen. Die muss man erst quasi mitarbeiten, bevor die zur Kuh kommt. Weil die Dolores kann man ja auch spielen. Better. Spoiler. Oh, hier ist die Kanalisation. Kannst du auch mal irgendwas holen? Oh, ich dreh durch, ey. Diese Kuh ist sowas boltet und schraubt. Keine Ahnung, dass ich es öffnen werde. Dummstaubkörner. Da ist übrigens der Zirkus mit Ransom. Okay, das nennt man halt auch gar nicht. Ähm. Hier haben wir das Hotel. Aussichtspunkt. Was haben wir noch? Haushaltestelle. No one is in there. That Ransom-la-Clown isn't very popular around here. It says he eats tuna. If by look-at you mean smell, I've already done that. There's no path, there's no path beyond this point. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp art from a cut room. Ja, ich sag ja, es ist nicht so einfach. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Eine Arcade? Da erinnere ich mich gar nicht mehr drauf. Was war hier nochmal? I like it when the enemies die. Very. It's out of order. It seems to be out of tokens. It seems to be out of tokens. Oh, guck mal hier. Kann ich die nehmen? It's stuck. Ah, warte. It doesn't work on that. Wait, ich krieg die Krise, ey. It says, Tokentron 3000 is guaranteed to dispense exactly one token each and every time. A maximum of 12 tokens allowed in circulation at once. It's the famous game Tuna Head. It's out of order. I can't push that. 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 It's out of order. It's for a mucus flam adventure game called Jason the News guy. I don't want to pick that up. It says, need help playing theme. Nothing in there but dust bunnies. I can't push that up. I can't push that up. Ah, guck mal. Mal gucken, ob mein Name da drin steht. Wenn du 50 Dollar gezahlt hast, ja. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Einmal nicht. Ist denn das Vornamen? Ja. Nach Vornamen sortiert. Scheiße. Ich glaube Smudo ist da auch drin. Aber ich weiß nicht, ob er als Smudo. War Simon? Mal die, die schwarz sind, die kann man wahrscheinlich alle anrufen und dann ihren. Genau. S. M. Nee, S. A. E. I. I. L. Nee, Pid. Pid's Namen sind wahrscheinlich dann zwischen den normalen. Gary Winnick. Wer ist nochmal Gary Winnick und warum ist da ein Haken dran? 5413. Den Namen hab ich schon mal gehört. Vielleicht auch so Quest. Garry Winnick. Der Googles. 4513. Mal rufen mal an. It's out of order. Oh, leck. The coins. Hi, this is Gary. I'm not here. I'm probably going to a movie. Maybe a double feature of either the princess bride and lost boys or maybe a predator and RoboCop. Leave a message. Bye. Bye. Also warte. Was sagt ihr? Achso, der ist mit seinem richtigen Namen drin. Das ist so. Michael Schmidt. Michael bin ich. Michael. Ach, okay. Guck mal, Michael. Das sind die Namen, die ich schon angerufen hab. 21 59. It's out of order. Wir rufen Smudo an. Achso. The coin slot is filled with glue. The buttons are missing and the cord to the... Schönen guten Tag und recht herzlich willkommen auf dem Anrufbeantworter von Smudo von Die Fantastischen Vier. Ich bin im Moment nicht zu haben. Bitte kurze Nachrichten nach dem Signalton. Mit Rückrufnummer. Ich meld mich dann. Tschüss. Gutes Mude. Das ist ja eine ganz gute Idee eigentlich, finde ich. Irgendwie. Gary Winnick ist einer der Entwickler. Okay. Röhrenlager. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. That's all for now. Okay, hier ist auch schon alles gemacht. Es gibt nicht mal mehr Interaktionsmöglichkeiten. So, ich glaub hier in der Stadt ist nichts mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Stadt ziemlich gründlich abgesucht habe. Ähm. Da probierst du mit den Menschen. Da können wir zumindest ein Ziel erledigen. Ja. Wo ist die Menschen? Hotel, Radiosender, Alltagszimmer. Ganz rechts hieß es vorhin. So, da hab ich aber auch schon viel gemacht. 5858. 5858. Wo habe ich gehört das address befor? 5858. 52. Wo habe ich gehört das address befor? Das ist ein väldigt hektes Feuerwerk. Sehr hektes Feuerwerk. Das ist mal kein Hinweis. Nutze Whiskyflasche. Nein, danke. Es ist spezielles Gas für Chainsaws. Es ist nicht viel in hier. All Gas stopp. So Leute, jetzt können wir den Baum zersägen, oder? Genau. Das ist Progress, Leute. Wo ist denn die Karte? Hier. Wo? Da. Ja. So. Benutze. Kettensäge auf Baum. Oh, es tut sich was. Alter, nur weil ich den dummen Benzinkanister nicht gesehen habe. Das kann doch nicht sein. Na gut. Ah. Moment, bei der Karte. Na, ich will nicht zu kurz schauen, ob etwas kommt. Some type of knob or valve. Looks rusty and immovable. Exposed wires that look kinda dangerous. An article from 1972 about the factory fire. But the text has faded, so I can't read it. I don't want to pick that up and add for smart buy electronics. Buy six for the price of one? No wonder they went out of business. If you are reading these, turn back immediately. Sewers are no place for people who bother to read signs on walls. It's stuck. But I also don't want to go down into that dark hole. Promotions from businesses that closed down in town. This valve has also been welded into position. It's still a boring valve. 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 I can't budget. It's still a boring valve. I can't get it. I can't get it. I can't get it. It's still a boring valve. I can't get it. I can't get it. I can't get it. Like that. Also die sind anscheinend alle randomised, ich glaube. Viele von diesen Staubkörnern auf jeden Fall. Wahrscheinlich ein Achievement, wenn man die alle hat, ne? Ja, kann ich mal schauen, wieviel es von denen gibt. Ja, stand doch irgendwo ein paar und 60, glaube ich. Oh, zu wenig. Ist das nicht in der To-Do-Liste? Another welded valve. Nicht randomised, okay? Was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis ich meine Orientierung verloren hab? Also, kleiner Spoiler, es ist soweit. Ah! Aber. Wenn ich die Tür öffne, wird es einfach sinken. A frisch! In diesem Fall, ich würde es labelen es als Potential Floating Coffin. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das nicht holen. Ich will nicht... Es sieht aus wie ein dunkler Tunnel für mich. Ich will nicht, wenn die Leute denken, bevor sie etwas auf den Drain schreien. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Komme ich jetzt aus der Richtung? Ist da der Kühlschrank? Ja. Okay. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Oh, was ist hier? Ja. 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 Verzweiflung. Ah, aber hier ist was. Nee. Ist glaub ich einfach nur ein Joke, oder? Ja. Denk ich ja auch. Genauso wie mein Kühlschrank. Der ist auch nicht so gut. Popcorn. Ja. Ganz richtig. Didn't I just see this valve? Lots of valves, but no steam. This one's rusted, not welded. Another attempt on a valve. Still doesn't work. Aber er unterscheidet zwischen... I don't think this valve was meant to be turned. It's still a boring valve. Ja. You're right. Der leck mich doch am Arsch. Ich glaub diese Verve sind einfach völlig unendlich. Der leck mich doch am Arsch. Ich hab keine Pilze gesehen. Kannst du in irgendeinen Tunnel musst du sie geben? Eispick und Pilze. Auch noch ein Eispick? Ja. Und da sind da auch die Fingerabdrücken drin. Das ist nett. Lass die aufzeichnen. Nicht auf, weil ich den Chat. Okay. Alter, Oliver, mach dich mal locker jetzt. Immer wenn ich den Chat gucke, sehe ich dich irgendwie upragen. Entspann dich, Junge. Wir haben ja mehrere Aufgaben, die zu machen sind, deswegen. Mach schon. Warte mal, nee, da komm ich. Ah, hier war ich noch nicht, oder? Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Staub. Also zumindest Staubkorn-technisch ist das hier ein voller Erfolg. Du musst ja nicht ruhig sein, du musst nur auch nicht latent genervt sein. Gehe zu Dreck. Nimm Pile of Dirt. Okay, jetzt nicht. Ah, das sieht gut aus hier. Guck mal, hier ist der fucking Schatzkammer. Nimm Eispickel. Yeah. Nothing more to see. Nimm Violine. I don't have a warrant for a badly tuned violin. Okay. This might be what Madame Marina was after. Wer war nochmal Madame Marina? I hope this is what Madame Marina needs. My nose tells me that my eyes don't want to look at that. These bags look like an adventure game Red Herring. It's an inaccessible grade, probably leading to more boring tunnels. Useful in case Willy ever moves house. Da ist noch ein Staubkorn. Okay, aber ich glaube, wir haben, was wir finden wollten. Das war ja auch auf meiner To-Do-Liste sogar. Finde Pilze in der Kanalisation. Ersetze die fehlende Arrestron-Röhre. Okay. Geh und rede mit Dolores. Gut. Das ist auf jeden Fall erst mal zumindest ein kleiner Schritt. Das ist auch ein paar andere Möglichkeiten. Also es gibt noch eine Aufgabe, die wir jetzt gleich lösen können. Die Sache mit Fingerprints und Blood Temple. Warte mal jetzt. Ganz kurz. Okay. Hotel. Was ist das nochmal? Radiosender. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Das ist nochmal ein Radiosender. Das Regierung ist nicht dein Freund. Und jetzt zurück zu unseren speziellen Hostels. Takeover Song. I can't. It's been glued to the desk. Interesting playlist. Tuna Head by Razer and the Scamettes. Then Tuna Head by Razer and the Scamettes. Followed by Tuna Head by Razer and the Scamettes. And featuring Tuna Head by Razer and the Scamettes. And finally Tuna Head by Razer and the Scamettes. What a big lever. It's a record. It's a record. It's a mixing board. But I can't see the controls from here. It's a turn table. It's a turn table. Impressive mic. It's locked and bolted from the inside. It's locked and bolted from the inside. It's locked and bolted from the inside. Ja, ich will doch eigentlich nur, dass du klopfst. Looks like the radio station is on the air. There's a thick layer of dust on it. And a message. No one's taking my desk or anything else in here. I have glue. C.S. I can't. It's been glued to the floor. Pretty disgusting. Looks like it was repaired with glue. Or something sticky. No way. Okay, hier kann man scheinbar gar nichts machen. Alles cool, Oliver. Alles cool. Einfach entspannt. Ein bisschen zugucken. Wenn du Tipps hast, gib Tipps. Und wenn ich dumm spiele, dann herzlich willkommen bei Edelife. So. Das war ja nicht sehr produktiv. Oh, warte. Man soll den Tag nicht von den Armen loben. Kann ich die nehmen? Bestimmt nicht. It's stuck. Die sind immer alles klemmt, was man hier ab... Was man nehmen will. Alles klemmt. Es sagt, PhoneTron 3000. Für wenn du musst, dass du hunderten Telefonnummern. Hm. Tja. Weiß ich gar nicht, ob man irgendwas damit machen muss. Das ist nur so, es steht halt einfach hier rum. Wer war das nochmal? Madame Marina. Wer war denn das nochmal? Das könnte die Mörderwaffe sein. Wir sollten ihn für Prints. Wir sollten ihn für Prints. Kann ich das schon... Better dust it for fingerprints first. Ach ja, also... Nutze Eispickel in Fingerabdruckset. Nutze Klebeband auf... Hat er was gemacht? Ja, guck mal. Okay, Leute, wir kommen... Wir kommen voran. Langsam. Beschwerden. No way am I climbing that. I'm afraid of heights. No way am I climbing that. Ich muss noch einen Weg finden, um die Platzhempels zu drücken. Die Blattsamples müssen getrocknet werden. Geht jetzt im Ernst. Dann hast du aber dann die Aufgabe fertig. Wanderweg, das war da, wo ich die Dings, glaube ich, hatte. Das war nochmal verlassene Fabrik. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier war ich auch noch gar nicht, weil es irgendwie nicht weiterging. Ich glaube, hier war ich nicht. Ich glaube, hier war ich wirklich sicher. Es ist etwas garapsal落. Ich bin... Es geht so oft mit zu barren. Ich kann nicht viel von hier sehen. Die Stadt. So. Nickel News. Ach du Scheiße. Das war das Newspaper-Ding. Ich könnte die Tube brechen. Es funktioniert nicht. Caller CopyTron 3000. Für alle deine Kopie braucht. Copies 5 Centen. Es ist ein Bild von der Tri-Thimbleweed-Park-Countie. Das ist ein Bild von der Stadt. Kann ich helfen? Kann ich, als Privatperson, bitte haben Sie Ihre Map? Nein. Es ist ein Priceless Original. Das ist ein Staubchorn. Brucker-Press. Kutenberg would be proud. Hat er Kutenberg gesagt? Kutenberg would be proud. Kutenberg. Okay. Safely first savings. We're saving safely is saving smart. Hallo Babadook. Was Phase? Kutenberg-Tentacle-Kreaturen sind nicht für kleine Geschäftslohnen. US Post Office. Da. Ach ne. Da muss Ransom der Clown. Was ist das? Ne. Das ist die Hotline nicht schon wieder. Das ist die Hotline nicht schon wieder. Okay. Hier muss natürlich Ransom der Clown später hin. Ich glaube, ich muss hier gerade nichts machen. Warte mal. Ich muss das Blut trocknen. Bluff. Pusten. Das könnte der Geist machen. Er kann ja pusten. Ich habe ein bisschen mit hergeholt. Das ist ein Geist, mein Blut trocken. Wer ist er denn? Mit Willy. Die Synchro ist schon mal geil. Hand over your wallet. I'm a federal agent. I may be a drunk bum, but I know my rights. Find me a high quality Ransom the Clown wallet. And it's yours. Do you know anything about the body or not? Rekata, was geht. I thought we were talking about a log. We'll talk later. Don't leave town. Where would I go? Buy me some kombucha. Filled to the brim with smelly trash. Hier sind die Zeilen. Ah, das könnte doch die Frau mit den Pilzen sein. The future is never written. Ja, das ist mad. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. How can I help? I have your mushrooms. Sweet. Hand it over and we'll see what answers the Void offers today. What did you see? Unless the killer was a rainbow dragon powered by starshine, I can't help you. Thanks for the shrooms. Leonard and I are gonna have a blast tonight. I feel I've been had. Is this not your fault? Is this just a joke? Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. How can I help? Goodbye. Das ist ja einfach nur frech. Das fand ich damals schon faszinierend. Jedes Buch hier, wirklich jedes einzelne. Achtet mal drauf. Ist ein anderer Joke mit Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Elaine Marley. 99 Problems by The Witch Ain't Won by Jay-Z. Das nenne ich mal Dedication. Ich glaube, die konnte man auch einsenden. Wenn ich mich richtig erinnere. Weiß das noch einer vom Kickstarter? Vielleicht habe ich das falsch erinnert. Ich meine, man konnte Buchtitel. Es gibt ja noch in dem Mansion, glaube ich, auch noch eine Riesenbücherei. Also das ist auf jeden Fall geil, sich auf so eine Art und Weise irgendwie in einem Spiel zu verewigen. Hier gibt es natürlich noch viel mehr. Schaut euch das an. Ich glaube, das ist auch ein... Genau, das sind alles Bücher von Bäckern, ne? Von Kickstarter-Bäckern. Everyone Poops, Voodoo Pranks. Fifty Shades of Darkness. Hierzu Ghosts and Goblins. Irgendwie ganz geil. Heil, halleluja. Alter Schwede. Das ist krass. Aber smart gemacht, kannst du natürlich nach oben immer weitermachen. Das ist hier ganz oben. Da ist bestimmt noch der eine oder andere gute Joke. Irgendwie. World of Witchcraft. Wuthering Heights. Na gut. Aber das wird uns rätseltechnisch hier nicht weiterbringen. Don't touch the books unless you know what you want. So. Da geht's nicht weiter. Was ist das? Geht's? Verfluchte Puppe. Not getting any closer to that. A mysterious force must be holding it in place. A mysterious force must be holding it in place. Okay, aber hier ist scheinbar nix. Das war der lustige Joke. Sie hat die Shrooms genommen. Aber das ist ja auch ein bisschen blöd. So ein Rätsel, was dir dann so gar nichts bringt. Oder? Das ist auch ein bisschen... Ich hab nicht mal einen Gegenstand oder irgendwas gekriegt. Sie hat einfach nur das Item genommen. Und sich verpiss. Naja gut, sie hat sich nicht verpisst, aber... So. Zirkus. Was passiert eigentlich, wenn ich zum Zirkus gehe? Dann müsste ich doch... Aha! Guck mal. Das ist interessant. Hier war ich noch nie. Wieder ein Vorhängeschluss. Es ist ein roter, altes Padlock. Und es ist locket. Das einzige Sache, das nicht verpasst ist, ist es bereits geschlossen. Es funktioniert nicht. Es sieht aus wie ein Circus-Clown-Horn. Oh Gott, ist das gruselig hier. Guck mal. Ich erinnere mich, dass diese Dosen all die Rage waren. Die Leute wagen in der Linie für Stunden, um einen zu bekommen. Es ist locket. Ich will das nicht aufholen. Es ist locket. Es sagt, keine FEDs ohne Warrant. Naja gut, also hier geht es jetzt... Geht so ein, das geht ja nicht. Es ist closed. Hier ist ansonsten jetzt auch nichts mehr. Es kommt hier bis hier. Nee. Okay, das ist der Zirkus. Funkturm waren wir, Radiosender waren wir. Verlassene Fabrik geht nicht weiter. Unter Wanderweg war ich ja mit dem... Da haben wir angefangen quasi. Genau. Da hatte ich ja den komischen Schädel, der mich aber auch nicht wirklich weitergebracht hat. Aber da braucht man wahrscheinlich auch nur... Jetzt sagt er nach oben. Also nach da. Jetzt sagt er... Jetzt sagt er gar nichts. Hier ist wieder der Busch, wo man sich looten und dann komme ich wieder raus. Check. Das sind diese typischen alten Zack McCracken. Labyrinthe. Ich habe die damals schon nicht gecheckt. Einfach Trial and Error. Aber irgendwas fehlt wahrscheinlich auch einfach. Der Kopf ist auf jeden Fall keine Hilfe. Meiner Meinung nach. Jetzt sagt der Kopf, guck nach links. Gut. Dann gehe ich nach links. Jetzt sagt der Kopf... Geh nach links. Geh nach links. Jetzt sagt der Kopf... Geh nach links. Geh nach links. Sagt der Kopf... Geh nach links. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich suche. Jetzt sagt der Kopf... Wahrscheinlich... Das ist das, wo er mich hin... ...lotst. Ich kann mir das dann nur so erklären, dass ich hier noch nichts machen muss. The only thing around that's not chainsaw proof... ...is already being cut down. Okay. Einmal noch. Nach rechts. Ist doch erst nach unten geguckt... ...und jetzt guckt er nach rechts. Okay. Wieder nach rechts. Nach links. Nach links. Nach oben. Aber welches oben? Nicht erste. Nach rechts. Oh, baby. Yeah. Geiler Schädel. Honoring past adventure gamers who have reached this spot without a shovel... ...and need to load a save game. Das ist ja super. If I had a shovel... ...this is where I dig. Ich hab keine Schaufel. Scheiße, okay. Aber wir wissen jetzt, es klappt. Geht er jetzt direkt immer dahin? Nee. Egal. Egal. Also, wir kommen wieder, wenn wir eine Schaufel haben. Wir haben keine Schaufel. Oh ja, stimmt. Olivoa, siehst du? So kann man sich doch gut einbringen. Wir wollten ja mit Dolores reden. Das haben wir noch nicht gemacht. Die konnte ich nicht abnehmen, ne? Ich hab' versuch'n. It's stuck. Da ist noch ein Staubbron. Okay, wir gehen mal in die Menschen. Hallo, wie kann ich dir helfen? Okay. 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 Just don't leave town. I really can't talk right now. Still dealing with family issues. Maybe you can come back later. Okay, then. I'll be back. Okay. Komm, dann gehen wir erstmal in die Stadt und geben mal quasi ab, was wir schon haben. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo das Polizeiregel war. Ja, oder wo in euren Lager andere Richtung laufen, oder? Okay. Beweise sollst du dann zum Journalisten bringen. Im Hotel. Wo war denn da im Hotel ein Journalist? Da war doch niemand. Da war nur der Rezeptionsarbeiter und meine Kollegin. Das wird anscheinend getriggert. Aber vorher musst du, wie gesagt, noch das Glut trocknen. Dann kannst du es abgeben. Oh, was ist? Waren wir hier schon drinnen heute? Waren wir nicht unterbrechen unsere Zartigverfläche. Waren wir hier nicht mehr zuhörigen, mit diesem wichtigen Nachhinein. Die FEDs sind auf den Weg zuhörigen. Was kann ich für dich für dich, honey? Ich möchte etwas Essen kaufen. Okay, alles auf der Manübord. Was wollen wir? Ich glaube, ich bin nicht empfiehlt. Ah, das hier? Ah, okay. Ah, okay, sehr viel mehr ist hier, aber nicht. Hätte gedacht, vielleicht hätte man das Blut über diesem Hotdog-Ding da trocknen können. Aber das ist lecker. Oh, hier geht's rein. Pretty disgusting. Ich öffne nicht diesen disgustingen Trashcan. Es ist lockt. It's an empty box. It's just a stack of empty boxes. It's locked. Thimblecon 87. It's opening later tonight at the hotel. Gut. Das ist der Supermarkt. Oh, warte mal. Toilette. Oh, geil. Hier war ich auch noch nicht. Aber gut, time 3444. Edna. Können wir uns auch schon mal merken. Doch, hier war ich schon mal. Hier habe ich irgendwas mitgenommen. Da habe ich das Klopapier her. Okay. Ich würde es nicht mehr machen. Ich kann mir vorstellen, was es da so aussieht. They're all used up. Ah, guck, 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 sie. Yeah. It's working. The paper is drying out. Fantastic. Huh. I look good. Hier kannst du auch das Toilettenpapier umdrehen, für die Settings. Ah, ok. Ne, ernsthaft? Das ist ja sau lustig. Warte. Die Steuerung. Hat das? Ich glaube, Video war das, glaube ich. Da sieht man es. Wichtiges Feature. Ja, aber geil. Wichtiges Feature. Gefällt mir. So, wir gehen weiter. Jetzt kommst du zurück ins Hotel. Ins Hotel? Ja, das quasi. Ja. Das ist gar nicht so toll los. Krieg mal was. Ich glaube, wir müssen erstmal die Sachen abgeben im Polizeipräsidium. Bei den Maschinen. Weiß noch einer, was das für... Wie war die Nummer aufm Klo mit Edna? 544 oder was? 344? Die Tür klingelt. Die Tür. Hallo? Hallo? Someone da? There? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Hi. Es ist der Sheriff again? Yes. Hi. Hello? Someone da? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Okay. Okay, das war wichtig. Okay, ich gehe erstmal. Mann, wo ist denn der scheiß Türzei? Ne, das ist die Bank. Oh, was? Da waren wir auch noch nicht. Öffne Schild. Nein, öffne Tür. Die Türzei sind lockt und niemand ist drin. Grün. Dann haben wir noch den Fingerabdruck. Grün. So, und hier braucht er ja jetzt das Gesicht. Aber was brauchen wir denn dafür eigentlich? Was haben wir? Beisotron. Benötigt ein Foto der Leiche. Ah ja, okay, pass auf. Das haben wir doch. Hier. Und jetzt? Hä? Okay. Okay, ich habe jetzt irgendwie damit gedacht, jetzt habe ich... was ist denn jetzt? Stecke alle drei Analysen in den Arrestotron. Kriege ich da jetzt noch was raus? I can't push that. I don't want to pick that up. It has the fingerprint from the ice pick. It has the dried out, bloody toilet paper. It has the photo of the dead body. It's a hotel keycard from the dead man. It only works on the room doors in the hotel. This has fingerprints for everyone in Thimbleweed Park. Certified Fingertron 3000 compatible. It's a German passport for Boris Schultz. FaceTron report. Foto Personalausweis. Deutsche Reise Pass Output. Foto Identifizier als Verdächtiger. Deutsche Geschäftsmane. Boris Schultz. Genauigkeit 100%. FaceTron pattern. Pillowtronics. Okay. So, das heißt, der Fingertron braucht auch noch was. Okay. Danke. Danke. So, das heißt, der Fingertron 3000 will check if they match and print out a report. Fully voice activated. Stop reading and start talking. Output der Finger auf der Mordwaffe stammt von Willi Tevino. Insert a blood sample taken from a body along with a bloody object. The bloodtron 3000 will confirm a positive match and issue a better not might remove the prints. Oh, okay. A bloody object. Tja, nun. Da fehlt uns offensichtlich, ich glaube, es fehlt uns was, oder? Shit. Bloody object. Und es ist nicht das. Okay, ich glaube, uns fehlt noch was. Wie siehst du die Sache, Nikola? Ja, ne? Oh Gott, schon. Hm? Ich bin, ich schaue gerade, ja. Ne, du sollst nicht sagen, ich wollte nur deine... Ich schaue gerade. Aber irgendwas, also a bloody object fehlt ja offensichtlich. Ja. Wobei... Ah, pretty disgusting. Den brauche ich ja noch. It's empty, but it did it's job. It's the hotel keycard for Franklin Evans' room. Okay, bloody object. Oh, wir können doch die Dings spielen. Guck mal. Das ist neu, oder? Dolores. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Repariere die Arrestron-Röhre. Übe die Aschi-Tabellen. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Geh und rede in der Bibliothek mit Leonore. Sammle 46 mehr Staubkörner. Okay, fangen wir mal damit an. Ich glaube, da habe ich doch auch schon mal gespielt. Hier war ich doch schon mit dir. Habe ich auch schon gespielt. Hier war ich doch schon mit dir. Hier ist nichts drin. Oh, Pupsi. Es ist ein Pupsi. Okay, du hast das Objekt noch nicht, was du brauchst. Blutige Objekt fehlt dir noch. Hm. Pretty clean, considering. Okay. Alles abgesucht. Aus hier. Der ist mit dem hier. Ich meine, ich habe da schon ein bisschen kamen. Okay, aber ich habe da schon. Wo hast du denn, Dolores? Wir sind alle hier, wunderschön für dich, so dass wir anfangen, von Uncle Chuck's will. Take a chill pill, Lenore. I had to answer the door. It was one of those federal agents. I don't care if it was the flippin' Pope. And hands off the cute one. He's mine. Let's get on with it, sister. I wanna know what I got. Wait, I thought you said everyone was here. Where's the lawyer? I don't know. I thought he was coming with you. Oh, Lenore, you're useless. Has anyone tried calling him? Well, maybe if you hadn't left town and broken Uncle Chuck's heart, we wouldn't need to call the lawyer to read a will. This is all your fault, Dolores. Okay. Okay, we got off on the wrong foot. Let's try again. Hey, Lenny. Long time no see. Screw you, Dolores. You know I hate it when you call me that. If you just came here to piss me off, then leave. Because we both know there's not a snowball's chance you were left anything good in the will. Also, have you called the stupid lawyer yet? I want to get the will read and see how little Uncle Chuck left you. Do you know anything about Dad's disappearance? Oh, ist Ihr Vater die Leiche? Dad probably ran off to hide somewhere. It's amazing, but Dad and Uncle Chuck work and cut from the same jeans. One, a powerful leader, and the other, well, uh, spineless. Don't talk about Dad like that, Lenore. You're so cruel. How is Chuck Jr. doing? Chucky is thriving. Some people say he's a brat, but those people just don't recognize his blossoming leadership abilities. No doubt picked up from Chuck Sr., because he certainly didn't get them from his father. How are things with Peter? Fine. Just peachy. I can't believe we've only been together 20 years now, because it feels like a flippin' eternity. Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned the family. I was always there for Uncle Chuck, so it's time for you to finally lift a finger and help out. Oh, gag me. All you were ever there for was a handout from Uncle Chuck. Oh, Dolores, I won't shed one tear for you when the will is read and Uncle Chuck left everything to me. So Uncle Chuck really hated me? Can you flippin' blame him? You broke his heart when you left to become a you-know-what. A game developer? Oh, shh-shh-shh. Do you want the whole house to hear? I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Peter doesn't want to talk to you. Chuck, he's been in our family for years. He's a good plant. Okay, here übrigens auch die Bücher, ne? Alle Bücher hier. Wieder beschriftet. Und hier geht's auch noch weiter. I'm at the staircase. Should I use it? I'm at the staircase. Should I use it? Ja, ja. Ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts zu holen. This is Uncle Chuck's Index Tron 3000 Library Filing Lookup System. It uses the Spewey Decimal System to catalog books. I don't need to find any books now. I've got one wait. Halkster. Halkster! Die Florentin Gilde. I am the American I am a real American Das ist doch die Einmarschmusik von Hulk Hogan. Ne? Niemand? Oh, er hat eine Schaufel. Seht ihr die Schaufel? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the Grand Lobby. The real American. Mostly holes. Oh, then I buries them again. All the entire day. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores. Okay. Okay, er hat eine Schaufel. Okay, er hat eine Schaufel. Was machen wir mit denen? Was are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the Grand Lobby. Mostly holes. Oh, then I buries them again. All the entire day. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores. Okay. 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 It feels lonely without Uncle Chuck around. Oh, mein Gott. Too bad, Uncle Chuck never finished working on him. Kann man hier irgendwas mitnehmen? I don't have a reason to use Uncle Chucks Osiloscope. Too bad, Uncle Chuck never finished working on him. Oh, wir haben die Vakuumröhre, Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. I don't want to pick that up. That doesn't seem to work. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. It's a box, but it's sealed shut. I don't have a reason to use Uncle Chucks Osiloscope. Was haben wir hier am Tisch? Check register. It's Uncle Chuck's check register. I'm not going to carry this big checkbook around. Bitte. Aha. It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. Aha. That looks like Uncle Chucks journal. Ich habe dieses Tagebuch begonnen, um meine Fortschritte aufzuzeichnen. Zukünftige Generation wäre das interessant. Ich bin etwas Großem auf der Spur. Größer als die Herstellung von Kissen. Bin das überhaupt möglich? Ja, es ist genau wie vorher gesagt. Meine neue Tron-Röhre ist unglaublich. Ich habe eine großartige Idee. Ich überprüfen muss. Es funktioniert alles großartig, besser als erwartet. Ich muss nur sicherstellen, dass alle Lötstellen sauber sind. Dann geht es weiter mit der nächsten Phase. Ich glaube, ich habe das Geheimnis der KI geknackt. Es ist recht komplex, aber die neue Tron-Röhre macht es zum Kinderspiel. Schritt 1 ist die Automatisierung der Fabrik. Das sollte die Produktivität um 700% steigern. Ich habe die meisten Maschinen in der Fabrik automatisiert. Das hat nicht nur die Produktivität um 704% gesteigert. Ich spare auch noch Geld, nachdem ich allen gekündigt habe. Ich brauche nur noch Mr. Rise als Wache, bis die Wachroboter funktionsbereit sind. Die neue SR01 Waschroboter, die neue Wachroboter, nicht Waschroboter, funktionieren. Ich habe das Programmierhandbuch in der Bibliothek des Mansions versteckt. Es gibt nur einen Fehler im Design. Ich habe ein To-Do in den Code eingefügt. Nikola, das ist doch was für dich. Die Who-To-Do. Ich habe das Programmierhandbuch in der Bibliothek versteckt. Aber wo? Das sind ja Tausende von Büchern. Diese Kalle funktioniert besser als erwartet. Die Maschinen denken für sich selbst. Die Tron-Röhren sind das Geheimnis. Transistoren sind so eine Sackgasse. Damit könnte ich einen Nobelpreis gewinnen, aber er muss geheim bleiben. Das ist viel zu profitabel zum Teil. Franklin kennt sich mit den Büchern aus, aber er sollte seine Ideen für sich behalten. Hier höre die Geschwindigkeiten. Ich habe gerade die Tron-Maschinen beim Pathologen und beim Sheriff installiert. Bei Kleinkriminalität haben sie perfekt funktioniert. Sie werden die Polizei weit vollkommen revolutionieren. Ich habe den Pathologen gefeuert, aber er ist sehr schräg aus, wenn Timberbeet keinen hätte. Die Reichen und Schönen kommen in Scharen und ich vernachlässige meine Erfindung. Viel zu viele Partys im Mansion. So ein helles Mädchen. Ich habe ihr heute Nachmittag gezeigt, wie man Röhren verlötet. Sie ist ein voller Edmund. Ich sage ihr, eine große Zupause. Ich sollte langsam mal eine Pause machen. Mr. Rice hat versetzt. Ich habe mich etwas abgelenkt, indem ich ein Text-Adventure aus einer Mailbox geladen habe. Ich denke viel über Cain-Spielen nach. Ich habe da ein paar Ideen. Willi ist für mich gestorben. Ich werde ihn bezahlen lassen. Sie war mein Mädchen, nicht seins. Willis Uhrenladen ist pleite und meine KI kümmert sich um seine Bankkontrolle. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen schneller. Das ist ja unfassbar viel. Wie gut, wenn er das anguckt. Was ist dieser Weltraum-Film, von dem du los machst? Achso, THX. Ich hab mein Tagebuch. Eintrag 4.470. Der Lois ist mein ganzer Stolz. Vielleicht kann ich sie in das Geheimnis einweihen. Sie muss die Kissenfabrik übernehmen. Sie wird sich so freuen. Der Lois hat Interesse daran, Spiele zu entwickeln. Das ist grandios. Ich zeige ihr mein Textadventure, aber es ist noch nicht weit genug. Simulation der Welt wird aber ziemlich gut. Ich streiche sie aus dem Testament. Der Lois hat sich gegen uns gewandt. Sie hat eine Arbeit bei einer Spielfirma weit weg angenommen. Ich muss das sofort mit der KI diskutieren. Vielleicht war ich etwas voreinig mit Dolores. Immerhin macht sie Spiele. Es gibt also Hoffnung. Die KI sagt, ich soll sie vergessen. Die KI macht einfach viel Sinn. Ich habe, glaube ich, etwas Wunderbares gefunden. Ich muss das weiter erforschen. Eigentlich kann es nicht stimmen. Aber wenn doch, würde ich einige Dinge auf sie einmal... ...würden einige Dinge auf einmal erschrecken, viel Sinn ergeben. Es ist die letzte Seite dieses Tageboos. Ich muss ein neues besorgen. Es gibt so viel aufzuschreiben, denn alles ist einfach so unglaublich. Oh wow. Also haben wir irgendwas... Hä? Ockel Chuck war auf jeden Fall Willi, dass er für immer hier Violinen- und Ohrenladenbesitzer war. Ja. Das ist sehr wichtig. Guck mal, was ist denn da? Seht ihr das auf dem Porträt? Da bilde ich mir das ein. Das blinkt. Hm. Ockel Chuck war immer sehr touchy über dieses Bild. Wunder, warum. Woaaah. Es ist ein Fingerprint-Leader, um das Schiff zu öffnen. Es funktioniert nur für Ockel Chuck. Hm. Aber da ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel. Hm. Es steht Office. Es ist ein Schiff auf dem Porträt, um das Schiff zu öffnen. Das Schiff ist lockt, aber es ist ein Fingerprint-Leader. Jetzt haben wir einen Schlüssel fürs Büro. Pretty dark in here. Ach ja, das war diese Geschichte. Warte, sie nicht auch noch Zimmer? Wo war denn ihr Zimmer? Diggin! Ich bin immer noch verloren, nach all diesen Jahren. Ouuuuh! Oh, Entschuldigung. Den Schlüssel habe ich eingepackt. Ihr seht es nur nicht, weil mein Porträt hier vorher ist. Es ist ein Schlüssel. Hm. Es steht Office. Es steht Office. Diggin in the Entryway! Okay. Pretty dark in here. Mann, das zackt. Just have to keep going. Okay, fuck it. Diggin in the Lobby with my rusty shovel. Dreh durch. Dreh durch. Ah. Natürlich, die letzte Tür, die ich öffnen. So, das ist ihr Zimmer. Was haben wir hier nochmal alles? Das ist es. Ich bin immer noch. Ich liebe meine Bettina. Ich weiß nicht, wer in meine Zimmern kommt. The Printron 3000 was Uncle Chuck's final invention before he died. It's connected to my computer. I can't use that in the Printron 3000. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman's School of Mathematics. It's made out of solid pewter, except for the infinity symbol, which is pure titanium. It's a red gel decoder. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman's School of Mathematics. These are in mint condition. No way I'm going to touch them. This is my complete set of Tolkien books, including three pristine sets of Lord of the Rings, The Adventures of Tom Bombadil, The Cimmerillion, just to start. I reread them from time to time. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages. So I always practice. Every day. It's my handy ASCII chart. I don't want to pick that up. Aber ich soll doch die ASCII Tabelle lernen. It's my state of the art Commodore 64 with dual 1541 Floppy Drives and a blazingly fast 1200 Baud Modem. It's my state of the art Commodore 64 with dual 1541 Floppy Drives and a blazingly fast 1200 Baud Modem. Oh, dieses Buch kenne ich auch noch. Diese Basic-Bücher. Kennt ihr die noch? Diese Basic-Bücher kenne ich auch noch. Diese dicken, die sind... Ja, ja, ich erinnere mich. Programmierbücher? Ja. Habe ich früher aus der Bibliothek ausgeliehen, weil ich ein Tate hatte. Ich hatte auch mal so eins, weil ich Q-Basic lernen wollte. Ja, genau. Ich habe schon Basic gelernt und das war anstrengend. Habe ich auch mal einen Text-Adventure gemacht mit Q-Basic. Nice. Ist echt so kalt hier. Kalte Füße. Ah, gut. Ähm. Was haben wir hier noch? Gucken wir noch mal in ihr Tagebuch. Übe die Ast. Ach, cool. Dafür habe ich schon einen Haken gekriegt. Ja, gut. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Repariere die Arrestotron-Röhre. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Okay, aber ich glaube, wir sind hier im Zimmer. Das wollte sie ja nicht nutzen. Also Printotron. It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. Hast du schon die Höhre? Die Höhre habe ich schon, ja. Brauchst du nur zum Polizei bringen, oder? Ja, ja. Oder zur Polizei? Wieso zur Polizei? War da nicht der Restaurant? Oder wo war der? Ah ja, doch. Kann sein. Aber, ja. Keine Ahnung. Diggen! Der Typ, Alter. Diggen! 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 Hi, Doug. What are you digging? Oh, right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. Oh, then I buries them again. All the tiny. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores! die schaufel nicht habe ich hier alles da war die bücherei da war das ist der anwalt der da gut aber ist das der anwalt dolores if you have anything to say you say it to me peter so dann gehen wir mal raus mit dolores dicken und dann gehen wir in die hauptstraße reparieren wir doch erst oh komm hier hi agent reyes hello agent reyes catch the killer yet not yet but we're getting close then thimbleweed park will be safe again i thought about being a secret agent but game design seem more fun it's a rewarding job ok i need to go so war das hier oben dann das ist der rest von nutze i need a tube puller to install the tube ok haben wir gottseidank die quittung wie komme ich jetzt hier schnell auf die straße er hat ja noch nicht die map ich muss sich fokussend und lösen dieses murder so ich kann was ich tun muss Morgen! Danke. Hallo Dolores! Oh, gehen wir zum Kounter, wo wir sprechen können. Willkommen zu Ricky's YouTube. Wie kann ich dir helfen? Hallo, Ricky! Hier ist ein altes Rezept. Wissen Sie etwas über Tube Puller? Hm, ich glaube, ein Tube Puller, das wir von Smart Buy Electronics bekommen haben. Wir haben alle ihre Inventoren, als sie untergebracht haben. Ja, hier ist es! Das ist ein Top-of-the-Line Tube Puller. Ihr Junge hat immer das beste. Ja, er hat. Danke, Ricky. Das ist ein Tube Puller. Damit gehen wir jetzt wieder auf die Main Street. Warte mal. Das ist ein WC67-Tube. Das WC67-Tube ist in perfekt. Das wird nicht funktionieren. Das ist für eine TX1-Tube. Das ist für eine TX1-Tube. Okay, ich habe das schon. So. Das bringt uns nämlich jetzt natürlich nicht schrecklich weiter. Da. Trägt den Anwalt dazu das Testament, Sir. Ja, aber du kannst vielleicht das blutige Objekt finden. Mit ihr? Ähm. Ja, du hast eine Story rausgefunden, was passiert ist jetzt. So, ne? Damals. Hab ich? Ja, was wir vorhin gesagt haben. Was wichtig ist in dem Tagebuch. Der war ganz schön viel. Ja. Die Kissenfabrik meinst du? Also dieses blutige Objekt hat damit was zu tun. Ja. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab ne Idee. Schlüssel zum Büro. Und das Büro ist ja vielleicht gar nicht bei ihm zu Hause. Sondern... Scheiße. Okay, Nicola. Ich brauch doch Hilfe. Das war die einzige Idee, die ich hatte. Den Schlüssel mit dem... Ähm. Also dieses blutige Objekt ist ja anscheinend... Es hat irgendwas mit dem Mord zu tun, oder? Ja, gut. Aber... Was? Wer hätte denn ein Motiv? Sag mal so. Ich weiß ja... Wer ist eigentlich da tot? Ist es ihr Vater? Uncle Chuck oder... Chunk? Wie ist der? Okay, weißt du was wir mal machen? Oh, Yannistan ist da. Oh, Yannistan. Raided. Hey Leute, vielen Dank für den Raid. Jan. Jan macht schon um 23.45 Uhr Schluss. Was ist... Was ist los mit ihm? Ähm. Herzlich willkommen. Wir zocken hier auch wieder schön ein Adventure. Von Ron Gilbert. Ähm. Ist es immer von Ron Gilbert? Ja, oder? Ja. Jan geht um Viertel vor... Der klotzt doch irgendeine Serie grad. Weshalb der so... Warum macht der so früh Schluss? Früh. Ähm. Ähm. Okay, was? Wo wollte ich hin? Warte. Lass mich überlegen. Genau. Ich hab mir gedacht, wir gehen mal Dolores einfach zu der Leiche und gucken mal, was sie sagt. Was haltet ihr davon? Weil wenn das ihr Onkel ist, dann ist es ja ihr Onkel. So. Gross. Hm. Gross. Ja. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Hm. Also. Wer hat ein Motiv? Natürlich die Lenny. Ihre Stiefmutter oder Tante oder was auch immer. also. Das hat ja ein Motiv. Auf geht's. Hast du diese da? Die. 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 Leute, mein Gehirn. Ich werde noch sechsmal in diese Tür reingehen und mich fragen, was dahinter wohl ist. Das ist so glücklich. Mach ich doch auf mich selber. Nee, warte mal. Wo ist das? Irgendwas habe ich noch nicht. Hast du noch den stupenden Verlager gezeichnet? Ich mache das, die Leute, ich bin ein Drogen. Better they think that than know you chose to make those mind-corrupting murder simulators for a living. For the last time, Lenore, I don't make murder simulators. Oh, sure you don't, sweetie. Ugh. You know what? I don't care. Tell them whatever you like, you grody poser. But this makes us even for the time I use your homecoming crown as a conductor in my homemade generator. Okay, ich soll den Anwalt anrufen? Don't let the door hit you on the way out. Warte mal. Dann gucken wir erstmal ins Telefon. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt hier, wie willst du jetzt hier den Anwalt finden? Wir brauchen die Nummer vom Anwalt. Haben wir die schon irgendwo gekriegt? Stand die irgendwo? Es ist ein Schlüssel. Hm. Es sagt Office on it. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Hab ich noch was überlegen? Diggen! Du kannst ruhig nur mal das Sagerbuch lesen. Da stand ja der Tipp drin. I love basic. Ich finde raus, was mit Dad passiert ist. Besorge den Schoen, dass er gespürt wird. Das ist ja dein To-Do. Laura ist mein ganzer Schoen. Vielleicht kann ich sie in das Geheimnis ein. Also sie muss die Kissenfabrik übernehmen. Also kann die Fabrik nicht wieder anlaufen. Das würde meine Forschung kaputt machen. Ich muss... Ja, das ist ja das Buch hat er versteckt in der Bibliothek. Ja, aber ich gucke doch jetzt nicht nochmal alle tausend Seiten jetzt hier durch. Da wird eine Person erwähnt, mit der du schon mal geredet hast. Die wir vorhin auch in den Chat geschrieben haben. Oder die im Chat geschrieben wurde. Wenn ich das nochmal erwähnt habe. Der Bettler? Franklin, das ist der Bettler? Okay. Willi heißt er. Wo hat er denn nochmal? Ja. Ey, geht weiter gar nicht. Öhrenlager. Öhrenlager. Es ist ein TX1138-Tube. Und es sieht ausgelöst. Wo war der denn nochmal? Wo war der denn? Ah. Das ist das, was passiert, wenn du dein Junge aufhörst, indem du ein Fancy Job in der Videogame-Faktor getötet hast. Good job auf das, übrigens. Chuck war fummig. Ich bin sorry, mein Junge Chuck hat deine Leben verletzt. Dein Junge Chuck war ein schrecklich, egotistisch, arrogantes Mann. Aber du bist gut, Dolores. Ich denke, in deinem Fall, die Acorn fällt weit weg von dem Baum. Was ist das, was passiert? Was passiert zwischen dir und Uncle Chuck? Er hat nie wirklich nicht erklärt, warum er dich in der Stadt hat. Wenn du wirklich wissen willst, ich habe eine seiner vielen Freundin genommen, um zu sehen, dass dieser verrückte Insult-Klown performt. Chuck nie konnte niemals verlieren, sogar auf Prinzip. Also er hat mir einen Beispiel gemacht. My uncle was such a jerk. You're a sweet kid. Now you might have your uncle's brains, but you still held on to your heart. Don't ever lose that. How have you been? Can't complain. Got some new digs in the sewers with a great supply of mushrooms. Sounds banging, I guess. Oh, it sure is. Banging means good, right? Do you still do watch repair? I haven't done watch repair in years. Not since your uncle blacklisted me and I lost my business. I used to do watch repair for all the rich and famous in Thimbleweed County. See you, Willy. You got any gluten-free donuts? Und da hat er vorhin schonmal mit ihm geredet. Und da hat er gemeint, dass er dir was geben kann. Can I have some Kabukah? Genau. Ja, die Brieftasche. Wenn ich ihm die Brieftasche von Ransom dem Clown gebe. You got any Ransom swag? Genau. Okay, ich kann ja mit dem scheiß Clown nix machen hier. Ich bin gefangen in diesem Zirkus. Sag mir bitte. Hier ist einfach trister, langweiliger Zirkus. Ah, warte mal. Danke. Okay, ich habe es im Chat gelesen. Oliver, das ist ein guter Tipp. Wieso gehe ich denn nicht mit ihr zum Zirkus? Okay, da wäre ich jetzt aber auch, glaube ich, ohne den Tipp. Oh, okay. Da muss man erst mal drauf kommen, weil ich ja schon mal hier war, nur mit einer anderen Figur, dass man quasi jetzt nochmal mit jeder Figur... Ich würde lieber nicht. Ich habe Melophobie. Hallo? Ransom! Könnt ihr mich hören? Ich glaube, er ist da beschäftigt. Ich glaube, er ist da beschäftigt. Kannst du mich hören? Ich glaube, er ist da beschäftigt. Fuck. My old circus poster featured the amazing Ransom the Clown. Ach, komm. Das ist... Ach, komm schon, ey. Dass das da jetzt einfach erscheint. Dann hätte man mich doch schon vorher mal hier hingehen können von der anderen Seite oder so. Na gut. Trial and Error. Aber Ransom ist endlich frei. Was macht ihr denn? Hi, there. Uh, hi, Ransom. What the f*** do you want? Were you the killer? No f***ing way. I hardly ever even leave the circus except to pick up all my fan mail. I believe you. You're kind of a creep. But I don't think you're a killer. You. You know, I was at your fateful last performance. Well, good for you. So did I insult you? No, I was hiding behind the person in front of me. You're tough luck. I loved insulting kids. It was so easy to make them cry. I need to go. Wie mache ich das jetzt? Kann ich ihr zum Beispiel einfach dieses Poster geben? No way. This is a f***ing Ransom the Clown collectible. Rechtsanwaltskarte. Oha. It's my f***ing Ex-Lawyers Business Card. Brent Bailiwick J.D. Legal Problems? I don't want to carry this s*** anymore. Ransom the Clown. Comic-Finger. I'm tired of carrying this f***ing. Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. Den hab ich hier auch. I'm not gonna search the circus for you, Ransom. George the Postman. Well, f*** you, Georgie. You lazy f***ing. I'd better hold on to this. Okay, nee, ist jetzt raus. Kann ich auch selber machen. Anti-Juck-Creme. Witzebuch. Okay, okay. Ähm. Dann kann ich ja kurz mit ihm... ...zu dem Dingsladen gehen. Wo war der? Mann, das ist ein verwirrendes Spiel, ey. A Street. A Street? This is here. A Street. A Street. A Street. A Street. A Street. A Street. Let me see that. Okay, one moment. And next time, deliver it to me in person. What do you think I pay my tax dollars for? You haven't paid your taxes in years! Who do you think sorts all outgoing mail? Well, f*** you. It's addressed to me, Ransom the Clown. There's a note inside. Dear Mr. Clown. We hereby return your defective samples. The wallet seems to be made out of a rare endangered species of bird. And the candy dispenser sparks whenever you use it. Please do not contact us again. What a bunch of quads. It's the official Ransom the Clown candy barfer. It's supposed to dispense one piece of candy each time you use it. But it emits deadly sparks and it's dead. Okay, quasi ein Feuerzeug und die Brieftasche. It's my sample official Ransom the Clown wallet. I hope they get a manufacturing deal when I'm back on my feet. It's a brand new wallet and it's empty. So, geh ich jetzt zu dem Willy und geb' ihm die direkt? Oder muss ich die jetzt... Thimbleweed Park guided tours? Ich weiß nicht, was er sagt, wenn er auf Ransom trifft. You look like you're hittin' the Willy sauce harder than I am. Well, you look like your liver's about to fail. So, I guess we both look like... Will you do me a favor? I'll do almost anything for a dollar. I'm gonna ignore that line cause it's too f*** easy. But next time someone gives you some cash, can you pick up one of those pine tree car fresheners and hang it around your neck? You smell like f***. I don't really blame you for drinking. Oh, you don't? Nah. With your ugly f*** face, I drink every time I pass the f*** mirror. Huh. You're one to talk. You always hated Chuck Edmund, right? I-I-I don't talk about that. Well, I hated the f*** too. Really? Yeah, that f*** arrogant snob thought he was too good to make my toys. Canceled the most lucrative deal of my f***ing life. Okay, I think that doesn't really bring you much. Long wallet. Thanks. Here's my old one. What am I gonna do with this piece of... Okay. Great. What do I want with a bloody f*** wallet? So, Leute. Jetzt kommen wir doch der Sache langsam näher. Jetzt... Achso, der hat die Karte nicht, ne? Ich glaub, ich muss hier raus. Schneller. Nein, warte mal. Kann er nicht auch selber die... Kann er nicht selber die Karte... nicht in der Karte und mehr... Das ist immer so. Das ist etwas. Aber ich werde den Schwerpen noch nicht verletzt. Also. Ich werde das Auto nutzen. Ich werde das Auto nutzen lassen. Ich werde keine F***an 선생님 nehmen. Jäge dich Nein, ich werde den Schweren schreifen. Weißt du nicht. Nein, ich werde das Auto nutzen. Here's a bloody wallet. I hope you get Hepatitis. I need to stay focused and solve this... So. Das muss doch jetzt klappen. Ja, Mann. Progress, Leute. Progress. Okay. Jetzt kommen die drei Berichte. Natürlich da oben rein. Und dann wissen wir, wer der Mörder ist, oder? Sehe ich das richtig? So, dann machen wir Schluss jetzt für heute. Und dann machen wir, wer der Mörder ist. Können die ein bisschen Schach jetzt spielen, oder was? Willi-T-Winno. Boris Schulz ist der Tote. Das glaube ich nicht. Der ist doch gut. Ich habe das gemacht. Oh ja, Reno, diese Feds werden dich verraten. Willst du diese Kase rein, Reno? Lass ihn dir. Do you think we should play good cop bad cop? What else would we play? I'll play good cop I'm the good cop and she's the bad cop. Oh You're not supposed to tell him that Well, I'm not good cop bad cop. I did it. I did it. I killed the man by the bridge just to watch him die Oh Anything else you want to confess to I also kidnapped the Lindbergh, baby Anything else you want to confess to I'm DB Cooper and I stole all the money Keep talking murder boy. I'm Jack the Ripper Keep talking murder boy. I took the beef Fokusnuss geklaut. Keep talking murder boy Keep talking murder boy Keep talking murder boy Keep talking murder boy That's not a monster Okay I Think we have enough to lock you up for life You're going to the big house Willie. Don't mess with the feds I'm glad I caught the killer and we can finally leave this stink hole That's not such a bad place. I learned a lot from working with you agent ray Yeah, I'll look you up if I'm ever at the home office in Albuquerque No shit, Sherlock There is no home office in Albuquerque No shit, Sherlock Okay, let's go to see Okay, let's go to a hotel We'll probably go to the Dolores Ich bin wieder im Game. Ich bin wieder drinnen, Leute. Und wir können in einem neuen Kapitel weitermachen. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Nach all den Jahren spiele ich das Spiel doch noch durch. Ich kann mal wieder so einen Check machen an die Liste. Das ist ja richtig cool.